Ah! Ich bin Leyla Pedayesch. Ich bin Kreativchefin meiner eigenen Modefirma. Lange war das ein Frauenunternehmen. Das ist eigentlich, womit alles begann. Und dann kamen die Pullis. Die Pullis, die dann auch Claudia Schiffer gekauft hat. Ja. Ich habe das irgendwie mit meinem Kind und der Geburt und der Firma die ersten paar Jahre irgendwie geschaukelt. Ich habe meine Tochter natürlich die ersten Jahre immer mit auf die Show genommen. Und die waren Teil dessen. Mein Vater musste 79 aus politischen Gründen über die Grenze fliehen. Der ist leider auch schon verstorben. Weil da fing dann der Krieg an zwischen Iran und Irak. Und auf einmal hieß es, wir bleiben jetzt hier. Wir kommen alle auf diese Welt und keinem gehört irgendetwas für immer, weil wir sterben alle. Wir kommen und gehen. Wem gehört eigentlich was? Warum gibt es überhaupt Kriege? Warum gibt es überhaupt Kriege? Warum gibt es überhaupt Kriege? Wir kommen noch dazu.